Sie arbeiten in einer großen Firma. Haben Sie einen Trainingsbedarf in den Bereichen Management, Persönlichkeitsentwicklung oder Kommunikation? Sie wollen ein interaktives Training, sonst bleibt das Erlernte nicht hängen. Sie wollen überall und mit jedem Gerät lernen. Sie wollen standortspezifische Inhalte für Ihr angestrebtes Ziel. Sie wollen mehr als wörtliche Übersetzungen. Sie haben genau das gefunden, wonach Sie gesucht haben. Integrata Zegos Group E-Learning Module Integrata Zegos Group bietet kurze und dynamische Module in drei Formaten an. Klassik-Module, um die Grundlagen zu erlernen. Fokus-Module, um ein bestimmtes Verhalten zu üben und sich anzueignen. Intensive-Training-Module, um das schon Erlernte aufzufrischen. Somit können Sie das Format aussuchen, welches auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal bei welchem Modul, Sie werden aufgefordert, das Erlernte in realitätsnahen Situationen zu üben. Und Sie reagieren. Sie erhalten umgehend Rückmeldungen und können sofort die Auswirkungen Ihrer Antworten nachvollziehen. Sie lernen durch Üben. Sie suchen effektive und interaktive E-Learning-Kurse? Setzen Sie sich mit Integrata Zegos Group in Verbindung. Ihr Soft Skills Content Provider. Ihr Soft Skills Content mit der E-Learning-Kurse? Ihr Soft Skills ist eine große Herausforderung. Sie haben sich mit der E-Learning-Kurse? Ihr Soft Skills für die E-Learning-Kurse? Ihr Soft Skills für die E-Learning-Kurse? Vielen Dank.